Willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei uns auf dem Kanal CMOX. Mario immer noch dabei, letzte Folge sind wir ja leider hier bei dieser Mission zweimal gescheitert und am Schluss haben wir dann leider einen geilen Respawn gefunden, vier Kilometer entfernt. Ich weiß nicht ob wir den Flug hier überleben, das ist mein erster Heli Flug. Ja, Mario spielt das Spiel gerade mal, wie lange, eine halbe Stunde? Ja. Genau, wir sollten auf jeden Fall nicht direkt vor Ort landen. Man wollte da oben so auf die Reihilbügelfläche, wenn ich es irgendwie schaffe mal gerade da zu gucken. Hier auf die Straße. Die ist aber auch nicht gerade gerade. Egal, das ist machbar! Oh, das passt! Landen, was ist das? Warte und nicht aussteigen? Ich bin schon raus. Ich hau ab. Alles gut gegangen. Erstmal die Nachtsicht, wie macht man die Nachtsicht? Ah! Ja, ich hab's, ich hab's. Ich wusste das gar nicht. Wir gehen zu dem Gebäude hier oben, oder? Da sind Gegner drin. Oder ich höre ein Radio zumindest. Ach so, hier ist gerade ein Gottesdienst drin. Das ist die Wehbewegung. Weißt du das? Da ist ein Gottesdienst drin. Ja, da sind vier Leute, oder? So, ich dachte, ich könnte dadurch markieren. Warte mal, das geht gar nicht. Erstmal Sniper. Gehst du mit der Drohne rein? Ach, hier war ja nix mit der Drohne, ne? Ich guck mal. Ne, hier ist nix mit der Drohne. Weißt du, wie wir das am besten machen? Wir müssen die hier an die Rückseite von dem Ding, ja, ne? Du musst genau zu dem Ziel hin und da musst du den Sender jetzt aktivieren. Okay. Da gehst du hin, weil ich bin Fernkampf, okay? Ja. Du versteckst dich dann am besten in der Scheune oder dahinter, irgendwo, wo du nicht direkt entdeckt wirst, oder so, ja? Ich würde es in dem Haus gegenüber probieren. Ja, oder das. Du musst halt aufpassen. Weißt ja, wie viele Gegner kommen. Weißt du, ich kann nicht hier noch irgendwo anders gehen? Aber das Haus ist ja auch nicht gerade von allen Seiten auf. Du musst erstmal dahin, ne? Und E drücken. Ja, ich will jetzt erstmal gucken, wo ich hier in Decken gehe, vielleicht. Kann man die Waffen eigentlich auch wegstecken? Hab ich noch nicht herausgefunden. Okay. Ach, weißt du. Einfach drauf drauf. Wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Zwei Minuten Hilfe. E-Fahrzeuge haben wir vielleicht da. Oh, ein Sturm. Ich hatte vorher mit der Granate die Luft springen. Oh, oh. PTF? Warum haben die своих nicht schon gesehen? Scheiße! Ich hoffe, dass wir sie bei mir auch 변eln lassen Treffer halt nicht, ne? Wow. Okay, den hab' ich. Abschluss bestätigt. Er schießt ja noch irgendwo. Ich bin da unten. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, oder? Ja, du hast noch viel übrig und hast noch ein Auto. Stopp halt. Das Ding ist in die Luft gegangen. Ach schön. Das heißt, wir sind wieder gescheitert, ja? Jep. Oh Gott, das für Willen, ich verstehe das gerade nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wozu müssen wir überhaupt einen Sender anbringen? Also die Geschichte war so, dass wir da, dass die Rebellen, das sind quasi unsere Helfer, unsere Freunde vor Ort, die wollen per diesem Sender über dieses Kommunikationsgerät quasi in den normalen Rundfunk, also Radio hier im, ja, näheren Umgebung etwas ausstrahlen an die Zivilbevölkerung. Und das dauert zwei Minuten, was übertragen werden soll, verstehst du? Ich fliege gleich da hoch in die Kirche, ja, okay, zwei Minuten. Ja, und das sollen wir halt beschützen. Bist du bereit? Ähm, ja. Okay. Ich will schon wieder helfen oder ablegen. Warte mal helfen. Ich drücke immer auf helfen, wenn das kommt. Ich weiß nicht, warum das kommt. Kommt da überhaupt noch einer, wenn wir so oft gescheitert sind? Also hier kommt irgendwie gar keiner noch und hier läuft auch irgendwie keine Zeit, oder? Doch, oben links. Läuft bei mir nicht. Okay. Ah doch doch, ne, verteidigen Sie den Sensor. Ja, und daneben steht bei mir ne Zeit. Wie lange denn noch? Eine Minute zehn. Na gut. Also hier fahren Autos vorbei, aber... Ich glaub das Spiel schenkt uns das jetzt. Kann das sein? Ja, das sieht so aus. Oder sie kommen erst gleich. Die fahren auf jeden Fall viele Autos rum. Hm. Sind die etwa so schlecht? Da kommen wir schon dreimal gescheitert. Obwohl, naja, ne, die sind so cool. Deswegen kommen die nicht mehr. Die haben keinen... Die trauen sich nicht mehr. Das kann das sogar sein. Ja. Gut. Also wenn das immer so geht, dann ist das Spiel einfach. Ja, gut. Ist schon euer Timer? Ja, bis zehn Sekunden. Zwei Sekunden. Gesendet. Das sollte die Moral der Rebellen stecken. Geil, wir haben's geschafft. Ja, ich hab'n Mörser. Den kann ich jetzt einfach rein. Hey. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolucion. Ja, das kann ich jetzt auch. Und was hast du über Giuri und Polito? Noch nichts. Ja, geil. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüderin Itakua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Oh, oh. Hinter mir ist Regierung oder was auch immer. Ich werd dran denken. Hier, wo hängst du? Willst du mit, ja oder nein? Mhm. Wieder zurück zum Heli, wenn der noch da ist. Ja, das wär ganz gut. Kannst du auf der Karte irgendwie sehen? Warte mal ganz kurz. Ich höre. Ja, du bist. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von ihm. Zur Vergeltung hat Santa Blanca das gesamte Dorf ausgelöscht. Mein Leutnant liegt noch. Vermutlich um ihn auf noch grausamere Weise töten zu können. Verstanden. Wir sind unterwegs nach Kulta. Ich versteh das jetzt. Das war aus Versehen. Aber das Ding ist, du bekommst Sequenzen nicht, ich bekomm die Sequenzen. Weißt du, deswegen wollte ich kurz nichts sagen. Weißt du? Ah, ok. Damit das aufgenommen wird. Wo ist die Heli hin? Wo ist er irgendwie hin? Pass auf, hier ist ein Beobachtungsposten von der Regierung. Kann ich hier nach rechts rein? Ja, kannst du. Der ist auf der Minimap, der steht da oben. Hier links, links, links. Oh. Da müssen wir klettern, klettern. Oh, hier gibt es Munition, ne? Ich bin schon wieder da vorbei. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen verdienen. Also Munition ist hier unten gewesen. Müsstest du auch noch nehmen können. Hier. Steht immer auf der Minimap da, oder? Bei dir. Ja. Ja. Munition kann ich nicht aufnehmen. Ja. Flickst du? Jo. Ich mag hier, wo es hingeht, ja? Ja. Einen Kulta gefangen gehaltener Rebell könnte wichtige Informationen zu Juli und Politur haben. Befreien sie ihn und finden sie heraus, was er weiß. Okay. Siehst du die Markierung? Links vorne 2,5 Kilometer? Ja. Warte, ich höre hier gerade was. Was hörst du denn du? Das ist die Rede überall gehört worden. Okay. Naja, das habe ich eben gehört. Du hörst das irgendwann anders als ich immer. Komisch. Naja. Also wir sollen zu dem Dorf da. Man kann jetzt auch, oder ich kann auch rausspringen. Ich habe einen Fallschirm jetzt dabei. Ja klar. Dann habe ich vorhin noch freigeschaut. Das ist direkt hier unten, ne? Geh schon mal runter. Pass auf, dass wir nicht zu nahe sind. Dann fliegen wir auch. Ja. Sieht noch ein Stück? Ja. Versuch mal hier oben auf dem Berg zu landen. Das ist direkt da unten im Dorf. Ich weiß nicht, da wollen wir einen befreien, oder wie war das jetzt gerade? Äh, haben wir einen Dorfkunde gefangen genommen. Erreichen sie Kulte, retten sie den Gefangenen und finden sie heraus, was er weiß. Also wir sollen Gefangenen retten. Oh oh. Ich glaube du kannst mit dem Helikopter hier nicht abschmieren. Doch, aber es ist nicht so, ja. Hälfte. Hälfte. In Kulta brennt es noch. Halt es schon ab dem Rade aus. Wie sah das von da oben fast mit Rade aus? Ja, kann wegen einer Ränderdistanz sein. Ne, ne. Pass auf, dass ist direkt hier unten. Unter uns. Kannst du ähm, ja genau. Bin schon dabei. Mach ich auch mal. Setze Drohne ein. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Siehst du noch mehr außer den dreien? Jetzt. Vier. Vier Gegner. Fünn. Ich denke das sind mehr als nur die Fünn. Ja, das ist das Problem mit dem Bereich der Drohne. Ja, ja. Die verbessern wir ja mit der Zeit. Ich kann die wegsnipern hier oben. Soll ich? Ja, mach das mal. Ich hoffe ich treffe halt. Einen hab ich. Ich hoffe meine Zone wieder fit ist. Wow. Einen Schuss für zwei Gegner. Das ist geil. Hier kann eine kleine Gruppe Feinde. Einer ist ausgeflogen. Ab. Mindestens fünf Tangos sind down. Da ist wieder einer. Okay, die treffe ich grad richtig gut. Da sind zwei aufgestreckt. Ja, beseitige die, bevor die hier oben sind. Nein. Die merken mich. Die eröffnen das Feuer. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Oh, ich muss mich hinlegen. Ich bin aufgefallen. Fuck. Da sind mindestens noch drei Gegner laut Markierung. Den oben hab ich. Die zwei anderen sind hinter Hindernissen. Können wir von hier nicht. Wir müssen eingreifen jetzt. Wir waren immer noch nicht sicher, ob das hier komplett alles war. Ich guck nochmal. Ich fahr nochmal grad. Ich fahr nochmal. Ich fahr nochmal. Da ist noch ein dritter. Das ist ein Auto. Könnte sein, dass die Verstärkung bekommen, ja. Ja. Da kommt noch mehr außer der eine Wagen. Ja, da kommt noch ein Auto. Mit vier Stück. Okay, die bekommen mächtigen Nachschub. Okay. Bereit? Leider ja. Die wissen, dass wir hier oben sind. Mörser könnten wir da anfordern, ne? Machen wir aber nicht. Die rennen hier hoch, ne? Ist dir klar, oder? Fack. Wenn die hier hochkommen, sind wir down. Wahrscheinlich. Fack. Wenn die hier hochkommen, sind wir down. Wahrscheinlich. Die anderen sind hinter Hindernissen. Ich hab nur noch wenig Schuss. Ho ho. Bei mir ist ne Granate. Ja, einer hat mit in Deutsch müssen. Wundern wir das dann. Okay, ich sehe vier Ziele. Du? Oh, fünf. Mindestens. Hab den. Da kommen noch mehr. Das sind welche unentdeckt. Ich habe zu wenig Schuss, glaube ich, ne? Der Sniper. So. So, einen hab ich. Komm, zeig dich doch nicht. Der zeigt sich nicht. Einer ist bei dir unten am Fuß, ne? Ne. Okay, hast du. Mindestens zwei sind noch da drüben. Ich schick nochmal Drohne, ne? Ja, auf jeden Fall. Da ist noch einer. Noch markierte Leute. Weiß nicht, kann ich in das Haus fliegen? Meine Drohne. Sie haben meine Drohne zerstört. Wir können eine kleine Gruppe feiern, der... Okay, der ist tot. Wir stärken runter. Ja, wir... Fuck, wir brauchen zu lange. Wir müssen da rein jetzt. Komm runter. Na komm, spring doch jetzt irgendwo. Ist doch nicht dort. Ja. Hast du da unten alles im Griff? Tango ist tot. Ja. Ja. Sind alle tot? Fuck! Nein! Oh, ich brauche Hilfe. Wo ist der? Wo ist der? Fuck! Ich brauche Hilfe Mario. In meiner Position kannst du mich wiederbeleben. Blau markiert auf Minimap. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme. Weil der hat nicht gesehen oder das blöde ist, der nicht markiert ist. 45 Sekunden machst du noch. Wie belebe ich dich wieder? Da kommt ne Taste, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nie gemacht. x3 x3 Fresse nochmal. Danke. Hier ist doch irgendwo einer, und ich hab keine Ahnung wo. Droh'n den mal, der muss ja auf der Hauptstraße irgendwo stehen. Deine Scheiße. Warte mal, warum bin ich denn jetzt aufgeräumt? Ich bin aufgeräumt. Aber wo? Da ist gerade auch... Oh nein. Den habe ich bei dir? Ja. Ja, müssen wir jetzt nicht da rein? Wir müssen da rein ins Gebäude, da ist ein Gefangener, das ist unser Ziel, um rauszuholen und zu verhören. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir noch Gegner sind. Ja, hier habe ich vorhin schon zwei ausgeschaltet gehabt. Ja, hier drin nix. Oben da oben auch nix. Kommt man denn da rein? Ah, da war ein Schloss. Jetzt fällt es mir ein. Oigan Gringos, helft mir hier wegzukommen. Ja und wie? Ah, das kann nur ich anscheinend. Komm mal. Warte mal, ich hätte... Das ist jetzt gerade nicht mehr. Okay. Wird dir öfters das Tor geöffnet und danach erst aufgeschlagen? Nee, bei mir nicht. Ich rede jetzt mit dem. Alles okay? Was wollen Sie von dir? Juri und Polito, die, die sie gefoltert haben. Wir sind hier, um sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So, so viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo aus dem Land. Da, da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut, tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Ja, okay. Ja, das mit sich EP habe ich erhalten. Habe ich auch. Hast du die Rede gehört? Ja. Ah, das ist gut. So, ähm, ja. Wir sind an ihm, ähm... Ja, wir sind angelangt am Ende der Folge. Deswegen... Wollte ich mal sagen, machen wir nochmal hier einen Gutt. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und schauen mal, wie es mit der Geschichte hier weitergeht. Hoffentlich ohne Selbstmordmissionen, die gerade. Ja, genau. Und, ähm, nicht wie bei der einen Mission, wo wir so lange gebraucht haben. Ne? Ja. Aber wir waren ja, wie du meintest, zu gut. Genau. Ich würde mal sagen, ich gehe schon mal zum Hedi zurück, während die Abbau-Hedi jetzt noch läuft. Macht das. Gut, ähm, bis dahin. Schaut wieder vorbei. Bis zur nächsten Folge. Adios.